Hallo, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge, bei uns im persönlichen Projekt Wooden City und ich habe nicht mehr... Nein, das Projekt Catch the Fabio. Du hast ein Fabio, aber er bewegt sich nicht. Hey, ich bin jetzt... Ich bin jetzt immer auf default, sollte ich das lassen? Ich bin auch auf default, Jull. Ich kann mich punchen. Lauf zum Fabio drin! Und dann nicht durch. Warte, ich mach drauf. Oder, bzw. ich mach zu, wenn er drin ist. Was? Geh einen raus? Nein, geh einen raus. Jetzt ist es für mich. Geh raus, geh raus. Ja, ich bin durch. Da komm runter und dann mach hinter mir zu. Oh, oh, es liegt... Yo! Yo, Catch! Du hast noch das Name Tag. Genau, Fabio. Fabio! Oh, geiler Fabio! Hau! Er hat mir weh gemacht. Oh, der hasse dich halt immer noch. Nein! Nein! Scheiss, ich wollte... Ich wollte heute jetzt lesen. Mach... Ah! 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 Das ist nicht kindersicher, du. So... Soll ich gleich nachlesen, wie man das macht? Ja! Ja, okay, klar. Boah, geil. Das ist jetzt so richtig Minecraft... Das ist ja wirklich so richtig alte Minecraft. Das ist wirklich so richtig Minecraft. Begusta! Begusta! Das kann ich auch noch auf Spanisch. Ich bin schon noch gut. Oh Gott, ey! Weißt du überhaupt, was das heisst? Like! 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 Ja. Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann noch mehr. Ähm... Wörter auf Portugiesisch als auf Spanisch. Ich kann keine Wörter auf Portugiesisch, okay? Okay. Okay. Das heisst... Das heisst... Ich könnte dich runter machen und du würdest nicht verstehen. Okay. Stimmt. Ist korrekt. Kannst du mich auf Japanisch oder wollen sie Internetsisch runter machen und du würdest nicht verstehen. Ich könnte dich auf Bernisch runter machen und du würdest nicht verstehen. Die Dreck... Die Dreckschauper! Boah! Was ist das für ein Skelettparti? Äh... Oh! Äh... Ein Schof ist gestorben wegen mir. Boah! Du bist so asozial, oder? Ja, gut! Jo... Immer muss er besterben. Äh... Wie heisst er eigentlich da drin? Fred! Ah, der Fred. Lass mal benennen. Äh... Welcher meinst du überhaupt? Der Fred? Der... Der... Der da! Der Bewohner vom... Aha! Der Fred! Ah, geil! Achso! Achso! Machst du das? Hast du das neben dir geholt? Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Hier... So! Also ich stand jetzt ganz produktiv da rein und schau mal wie das kommt. Schau mal! Schau mal! So! Oho... Ja! Bla 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 bla... V... L... La... ... ger... Zom... Also ich weiss nicht, ob man Ruten so schreibt. Ähm... Gut, ich meine... Hallo! Fabio! So, dann mache ich es so. Das ist aber nicht das, was ich suche. So, abbauen. Boah, das ist ein richtig altes Minecraft-Ding. Geil. Ich habe die ganze Zeit auf Englisch gesucht. Wow, ich habe oft bewundet mich. Du willst Zombie, ich habe oft bewundet Zombie. So, hier. Andi, komm mir mal an, ich muss dir etwas zeigen. Warte, ich muss... Ich muss jetzt... Ich will jetzt, wie wir das zur Gruppe verwandeln. Wo bist du? Warte, im Minecraft-Wiki. Und im Game bin ich im Lagerhaus. In Schwierigkeiten... Blab... Die Dorfbewohner verwandeln sich dann ebenfalls in Zombies und können wieder geheilt werden, indem man Zombie-Dorfbewohner mit einem Trank, der schwächst bewirft, sie dann mit einem goldenen Apfel füttert und anschliessend abwartet. Und dann kriegst du so eine Tische. Ja, so ein normaler goldiger Apfel. Und der overpower goldige Apfel heisst auch Notch Apfel. Ja, ein Notch Apfel? Nein, ein normaler. Oh Gott, ich habe einen schöpfen. Oh Gott, in 1.6 mussten wir es machen, da brauchst du nur Gold und Nuggets. Ich mache mal einen goldigen Apfel. Easy. Ja, wir bräuchten das Gold zu Hygien nicht mehr. Ja, weil die Pfer züchten wollen. Ah stimmt, aber du brauchst nicht mehr Rüebeln. Du brauchst die Nuggets. Ja. Aber du kannst es mit Apfeln machen, wenn du dumme Leute mit Apfeln machen. Nein, die ist sicherlich ein bisschen leistungsfähiger. Ja, wahrscheinlich. Sinds? Sinds? Haben wir noch Öpfel? Ist das gleich hoch? I hope so. Hast du noch einen Lichtstein? Ähm, du bist doch der Trankenmacher. Ja. Machen wir einen Tranken der Schwäche. Wissen. Haben wir noch einen Lichtstein? Äh. Nein, 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 nein. Glühstein. So. Ja. Ich schaue in der Glühsteinkiste am besten. Ui. Autsch. Kann der Gold. Autsch. Autsch. Also, mich gefällt das schon noch im Default. Irgendwie. V.a. die Suisse hat ja nicht mehr so modern aus. Es sollte ja aber modern aus sein eigentlich. Ach so. Das Ziel ist ja eigentlich auch nicht modern aus. Suisse hat immer modern aus. Bedenke den Wahnsinns-Stützding dort. Was? Der Wahnsinns-Stützding? Da. Wo der Balkon steht. Hm. V. Schau mal. V. Ich zerknüpple jetzt durch den Enderman mit dem Reiseart. Ich will helfen. Oh. Stiefenpest. Ähm. Könnt sie... Klatsch mal Skeletoni, wo dich beschiesst. Ähm. Können sie, dass es ab 1.8 Enderman weniger Schaden machen? Keine Ahnung. Weil... Weil ich habe irgendwie pro Schlagung nur 1,5 PC verloren. Ich habe kein Intermite-Dingslet. Was? Also, geh mal brauen. Ah. Aha. Okay. Krankenschwäche werfbar. Aber keine... Man ist ja nicht als normal. Nicht äh... Rezinonifiziert oder so. Also weisst du sonst. Mega. Wo ist die überhaupt Creeper? Ja und ich mache einen kleinen Cut da. Wieso? Du nimmst auf. Das weisst du schon. Eben ich mache einen kleinen Cut da. Okay. Komm Mibbel. So... Andi, was sollst du dich holen? So eine Trank der Schwäche? Trank der Schwäche, wo werfbar ganz normal. Okay. Das ist ein PC, ey. Aber im Default hat jedes Blöckchen viel mehr Details. Ja. Ja genau. Das würde mir auffallen. Ich habe vorher nur kurz wegen HD-Dings geschaut. Eines habe ich noch gefunden. Aber es hat mich ein wenig hässlich getan. Häslich. Also ich kann es dann, wenn ich noch aufnehme, mal schnell noch rein tun. Okay, ähm... Eigentlich so von der Blog-Hase ist es noch geil, aber... So eine Kombination. Da habe ich es sehr so gut gefunden. Ja, ich muss noch so Glas... Glasflaschen geholt. Geh holen. Sorry. Oh ja, ich gebe mir gerade mal einen Eiwiss-Snack. Oh geil. Ähm... Eiwiss-Protein-Shack. Also vor allem Bullen hätte ich mega hässlich. Ich habe es gesehen, aber ich habe es einfach gesehen. Wolle. Also... Wie so Faden halt. Oder... Wie ist es eine Real-Life-Wolle? Oder... Wie ist es eine Real-Life-Wolle? Ja. Also... Also so... Ja, so Faden eigentlich. Ähm... Sehst du die Füge viel? Ja. Leuchtfeuer? Uh! Apropos Leuchtfeuer. Das müssen wir auch mal machen. Wir haben aber kein Ding. Kein Wissen. Wir haben erst ein Ding. Tja. Boah, ich habe gerade gedacht, der Baum brennt. Das ist schlecht. Ruhe. Was Ruhe? Ruhe. Ähm... Kann das schwächen? Wie geht das schon wieder? Gehe ich auch nicht glücklich genug. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich weiss es. Glaubst du? Haben wir einen Pilz? Nein, nein, sicher irgendwo. Okay, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Äh... Und darf ich diese... Ähm... Entepellen, die ich noch im Inventar noch in meinem Inventar brauche, oder nicht? Ja, ja. Okay. Hör auf, sonst kriege ich mich noch. Ich scheisse gar nicht. Doch, jetzt... Ich kann nicht scheisse. Ich kann nicht scheisse. Ich kann nicht... 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 Ich kann nicht viel einschlagen. Mhm. Boah, wo ist das? Ähm... Haben wir ein Ding? Ein Pilz? Ja. Ich weiss nicht, aber da vorne steht ein Pilz-Street. Was musst du für Pilz? Sonst lass mal Pilze auf jeden Fall auf die Seite legen. Brun... Oder mach einen Pilz-Fang. Brun... Ja, ich habe die Pilz-Street abgebaut. Ich glaube, ich weiss es nicht mehr so richtig. Ich glaube... Du hast noch meine Ender-Perle. Und... Und noch Knochenmehl. Äh... Puffsch. Nein, Knochenmehl... Ähm... Die drei Stacks kann ich dir immer noch nicht geben. Ah, ja, ich weiss nicht mehr. Dottling... Ähm... Bleib mal hier. Nein, ich bleibe nicht hier. Ich komme zu dir. Okay. Warte, ich gehe mir erst mal noch einen Eiweiss-Snack. Okay. Da kannst du mal haben. Ähm... Die hast du jetzt bestellt. Da liegt der Pilz... Jetzt habe ich den Pilz wieder. Okay. Okay. So. Und ein Zucker. Ich sage mal, ich will... Du hättest noch ein paar K. Pilz. Okay. Zucker? Boah! Wir haben Zucker auf dem Arm. Boah! Muss ich doch alles allein machen oder was? Ja. Boah! Wenn ich ja doof bin... Ähm... Boah! Ich habe jetzt zwei... Zwei Zuckerrohr abgebaut. Aber ich brauche noch mehr. Sonst muss ich den anderen wieder anbauen. Oh mein Gott! Ah! Fermentiertes Spönenaugen. Genau. Kann ich mir doch noch richtig... Ja. Also... Ja. Dann muss ich mir noch den geilen Berner... Ein Berner-Balkon machen. Mit 2000er von Blumen... Ja, ich weiss. Ich mache jetzt erst mal das für dich. Pff! Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Und wie so chillt, es liegt mitten am Tag unter unserem Vor-Dach, oder wie heißt das? Unter der Brücke? Nein, unter dem Vor-Dach. Vor? Vor dem Lagerhaus. Okay, das ist der Timer. Wie es da schädig ist. Okay, du hast den Timer. Wir kriegen sicher noch einen Strike wegen deiner Timer-Musik. All Zelda-Musik. Boah, das ist eine gute Idee, das Volk zu beenden. Oh nein. Es pisst wirklich. Ich habe sicherlich schon seit einem halben Jahr nicht mehr Pissi in Minecraft gesehen. Oh ja, jetzt muss ich es ja wieder anschauen. Aber die Volk-Pissi ist schon ein bisschen hässlich. Die andere Pissi war eigentlich sehr akzeptabel. Nein, aber da strömt es einfach in Mengen. Da strömt es einfach immer in den Regen, gell? Mhm. Da strömt es in den Regen. Obwohl, ich könnte eigentlich gleich... Nein, egal, ich mache einfach nur eins. Ich mache jetzt mega die Verschwendung. Ich mache einfach nur pro Durchgabe nur eine Wasserflasche rein. Oha. Ich bin verschwenderisch. Ja, voll bad. Badass. Badass. Und unconnected textures empfehlen mir bei der Scheibe. Das ist hässlich, connected textures. Sorry ist meine Meinung. Was brauchten wir denn noch? Um das Versterben an? Oder musst du das Versterben an? Boah, wieso? Nein, eigentlich nicht. Nicht, okay. Es rufen mir gerade Peoples an. Peoples? Was Peoples? Ich sage es nachher. Was für Peoples? Der eine, der Peoples, der die ganze Dota 2 spielt. Und der kleine Peoples hat er angerufen. Der kleine Peoples, der dann morgen nicht mehr... Der Peoples, der bei mir in der Schule ist. Aha. Und wieso... Ähm... Kennen sie dich? Ähm... Kennen sie sich? Ähm... Ja. Der Peoples, der die ganze Dota 2 spielt. Und der andere Peoples? Der andere Peoples, das ist der, der früher bei uns war und jetzt bei mir in der Schule ist. Der Informatiker lehrt. Ach... Der gehört zu dem Glücklichsten. Du bleibst da, bleibst da. 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 Ach komm, das machen wir jetzt noch in der Folge. Hä? Fabio. Der gehört zu dem Glücklichsten Lehrling. Sag mal so genau. Also ich verwandle... Weischt... Verwandle jetzt Fabio. Oder willst du ihm die Gäpfel füttern? Ja. Jetzt muss ich sie nachher nur noch treffen. Und? Hör mal, was ich am Schluss ist. Okay, aber zuerst... Ähm, zuerst treffen, oder? Ähm, ich verpisse mich mal. Nein, zuerst... Ich glaube, zuerst... Nein, zuerst... Nein, zuerst... Ja? Nein, zuerst treffen. Oh, da? Nein, bin mir nicht sicher. Warte, schau nochmal schnell. Nein, zuerst treffen. Ist safe? Ja, weil ich kann ihn nicht füttern. Machst du es? Nein, 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 mach es da. Nein, es geht nicht. Mach es da, mach es da, mach es da. Komm. Go. Fällt dir nicht. Ja. Äh, ich verpisse mich. Warte, ich mache sie so. Ja, ist egal. Hast du es schon gemacht? Nein, was? Zack, jetzt. Jetzt. Uh. 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 Er brutzelt. Er brutzelt. Tsch, tsch. Tsch, tsch. Warte, es hat eine Stärke drauf. Nicht hineinlaufen, du bist hin. Geh weg, ich baue wieder zu. Du hast gesehen, Essen verboten. Essen verboten? Boah! Oh, jemand ruft mich an. Jo, das sind Peoples. Junge. Also, werden wir die Folge machen, dann klären wir das mit den Peoples. Also, dann würde ich sagen, wenn ich die Folge habe, abonniere, gut überstudiere. Und bis zum nächsten Mal.